...hör zu besteuern als Weiße. Ah, so genau. War das Beherrschung? Ja. Ist das nicht grausam, die Durchmischung der Rassen zu verbieten, ist das nicht grausam, dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und toten. Hmm. Ja. Teufelsboost ist immer ganz gut. So, okay. Das brauchen wir jetzt halt so. Oh. Kannst du mal die Klapphagen? Das interessiert hier niemanden. Ähm. Was sind Fingern? Hä? Was sind Songbirds? Was ist mit dem... Tut mir leid. Ach ja, stimmt. Da ist ja so ein Fingerhut. Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Ja. Angeblich der letzte Schrein, Paris. Ach, du bist doch ohne deinen Finger wunderschön. So, äh, wir müssen... Ist sehr nett, gell. Ne, wir müssen hier rein jetzt. Deckung. Mach mal Deckung. Los. In Ordnung. Los, mach. Waffenautomat. Ne, wir machen mal den Waffenautomat. Lass die Kraft. Name ist mit dir. Die Waffen. Halberwurz. Angegungen. Wow, die Tüße wieder zieht. Das nutzt ich mir zum Vorteil. Ich denke, das ist ein Waffenautomat. Ich denke, dass den schießt. Ah, es geht doch. Ach, komm, die habe ich ja getroffen. Ich mit dir. Oh, ich seh. Äh, schießt nicht drauf. Was geht denn? Das ist okay. Wurst du gar nicht... Wurst du gar nicht treten? Wow. Ach, komm, du. Ich hab' ich doch... Ach, oh. Schwille. So, äh, uh, ja. Ich suche nach. Stan, ist doch gut. Was soll... Was soll denn... Was sollst du die ganze Zeit? Ich bin doch mal ganz gechillt, man. So, alles okay. So, alle tot. So. Alles mit hier. So. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Was hat denn der eigentlich für eine Waffe dabei gehabt? Panzerfaust. Alles klar. Solche Sachen, die ich nicht benutzen möchte. So. Kannst du sie nicht öffnen? Würdest ganz gerne... Warte. Was fragst du dich? Lassen. Booker, da drüben ist ein Lockpack. Wo? Wo, wo, wo? Ich find's nicht. Wo denn? Zeig mir mal. Ich will den Kackrevolver nicht. Ich will den Lockpack. Hä? Was hast du denn gefunden? Mist. Hä? Bin ich mal ganz ehrlich. Ich will den Lockpack haben. Wo hast du denn den gesehen? Deswegen ist das nicht fair. Mist. Ich find ihn nicht. Wo ist denn der? Das gibt's nicht. Sie hat den Lockpack gesehen und ich finde ihn nicht. Alles was hier leuchtet ist, ist diese blöde Revolver. Ja, das setze ich jetzt mal. Ach, da unten. Ach, komm schon. So, jetzt haben wir wieder fünf Stück. Juhu. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich da hinein. Na, da wollen wir mal. Komm her. Alles gut. Ach so. Äh, äh, Knopf. Da. Bereich verlassen. Na, da wollen wir mal. Worum uns das jetzt hinführt. Nach Shantytown wahrscheinlich. Sag ich doch. Elisabeth, liegen die Menschen in Shantytown im Herzen. Was sie Kopf und Kragen kosten kann. Wird auch so sein. Wir werden einfach mal wieder gehasst. Und könnte ich wenden. Dein Hemd ist zerrissen. Noch nicht weit genug zerrissen. Du hältst mich wohl für so eine Art. Nein, ich weine. Quatsch. Guck mich doch an. Das ist Shantytown. Das ist doch besser als nix. Ich hab kein riesiges Vogelwesen als Freund. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück. Auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was hab ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst. Gut. Wird schon. Wir kommen schon auch irgendwann nach Paris. Du wirst schon den Eiffelturm sehen. Shantytown. Okay, das ist sozusagen das Slum dieser Stadt. Das Arbeitervögel. Natürlich. Das ist ein Ausbeuter. Ja, Mann. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Ich klau mir immer noch das letzte Geld. Warte mal, ich will den Lockweg haben. Die Pfarrer. Ups. Ich meine jetzt aber nicht mich. Jetzt hab ich. Ich hab ihn immer noch nicht. Komm. War nix. Oh fuck. Wieder Freunde geworden. Ich hab auch nichts juckt. Damit. 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 Oh. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Aber nur zu spät. Jetzt sind wir verhasst. Dich knüpfen wir auf. Klupp. Wer knüpft mich auf? Von irgendwo wird geschossen. Ah, da unten. Gute Nacht. So, noch irgendjemand, der prügeln möchte. Oder ein Schuss. Weiß nicht. Niemand. Ich hab aber gar nicht geklaut. Das sah nur so aus. Ich hab mich nur gebückt. Hab Übungen gemacht. Mein Henk hat seine Stelle bei drüben. Ist ein Wiss. Alle gekündigt. Schlag fest dazu. Dem ist mit der Säcke. Okay. Geht klar. Yay. Da freu ich mich aber auch jedes Mal so. Sind sie nicht die einzigen. Okay. Und jetzt? Musst du die abdenken, oder was? Ihr könnt es nicht gebrauchen? Ich schon. Haben wir noch einen guten Deal gemacht, wa? Aber kann man das überhaupt essen? Ich mein, das ist ja nicht wirklich... Ja, das tut gut, ich dir schütze. Huah, sag ich schon. Viel besser. Ja, das nehme ich gerne. In der Milchrunde, oder wie? Naja, pass doch mal. Vielen Dank. Dankeschön. So, äh, äh, hier. Uh, da ist noch irgendwas. Uh, fünf Geld. Okay, gut. Dann wollen wir mal dahinter wahrscheinlich. Da hat irgendwas noch geleuchtet. Ah, da. Ah, da. Gib schon. Da. Ähm. Lüle. Hi. Also, äh, ich, äh, was soll ich das denn machen? Nee, aber echt, das ist jetzt nicht so das schönste Viertel. Für ein Kind hat es echt gute Stimme. Kann ich dir nicht Geld geben? Mann. Ist es... Oder irgendwas zu essen? Ich gucke mich so mitleidig an. Mann. Kann ich dir nichts geben? Das ist unfair. Das verdient. Oh nein, das Spiel erlaubt es mir nicht. Mein Gewissen will es aber. Oh Mann, das ist unfair. Ja, hier. Tut mir einfach so, ich hätte... Mann, das ist unfair. Ja, bitte. Ich würde so gerne. Hier, hier. Geld. Fahrrad. Ich habe es immer nicht viele, aber ich würde es nicht machen. Oh Mann, ey. Kann ich dich nicht befreien? Die beiden hier. Scheiße, ey. Und die wachsen extra Tomaten dafür, damit sie abgeschmissen werden. Und das geben sie nicht zu essen, ey. Alter. Diese Kramsack muss gekillt werden. Oder Fink auch. Alle beide messen gleichzeitig. Mann, ey. Bastarde. Was ist das denn? Ein Geschenk? Neue Stiefel. Overkill. Beim Töten mit exzessiven Schämen werden naher Feinde betötet. Wir nehmen es erstmal mit. Ich glaube, ich habe bessere Stiefel momentan. So, wir müssen hier runter. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Oh, aber. Das riecht nach Ärger. Ich glaube ich. Äh, da ist ein Gewehr. Hm. Das war so klar. Boah. Ich häng fest. Boah. Alter, alter, alter. Was ist das denn? Was schießt er auf uns? Hi, wie viel Kacke. Was ist das da oben? Aber... Ah. Verstecken. Alter, was schießt er auf uns? Hammerkrank. Was ist der Kopf? Au, 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 au. Au, 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 au. Was ist das? Ich sieh's ja nicht mehr. Ich kann nicht mal draufschießen. Ich kann draufschießen, aber es ist wirklich. Alter, alter, alter. Ah, ich doch muss da rennen. Mom. Oh, au, au, au. Salz, 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 Salz. Ich habe nichts. Schon gut. Ich sag noch gar nichts. Mann. Ich sag doch. Die sind übel gestresst. Alter, was sind das für Dinger? Man kann denen echt nicht schaden. Also, das funktioniert nicht. Nein, nicht. Die Augen stechen. Das ist nicht gut. Aber jetzt sehe ich da nichts mehr. Das ist echt nicht schön. So, na gut. Dann müssen wir halt jetzt mal da hoch. Können mich diese Kacke an den Ohren nämlich am Arsch mal hier. Ja, verlassen. Oh, das schießt die Bühne. Geh raus! Wer sagt denn das die ganze Zeit? Da oben war einer. Versteck dich! Das liegt jetzt natürlich auch wieder richtig fies. Jetzt sehe ich wieder richtig viel hier. Was ist daran so lustig, hä? Oh, ich glaube, ich habe das falsch genommen. Ich glaube, schön ist es. Oh, ich habe es doch richtig genommen. Oh, Gott. Alter, was ist denn das jetzt? Schwinde. Ich treffe nicht. Boah, krank. Boah, das ist richtig fies. Jetzt wird Ruhe. Alter. Mach hier mal so ein Ding hin. Los, schieß, schieß, schieß. Boah. Alter, gehst du mit der Krieg? Ich kann gar nichts machen. Wer sagt denn das die ganze Zeit? Na hier. Ne. Ich muss das mit ausschalten, Alter. Oh, da kommt noch einer. Fuck, fuck, fuck. Stopp. Alter, da ist ja noch einer. Wir sind überall Gaker. Ich sehe sie nicht mal. So, kommen wir noch mehr? So, wir haben erstmal Ruhe. Puh. Ha. Jetzt muss ich erstmal fixen, was für die Leute hier holen. Ich brauche unbedingt mal Leben. Ja, danke. Danke. Ich sehe schon jemanden nichts dabei. Kannst du mal probieren. Ja doch, ist jetzt was zu essen. Genau das soll ich haben. Alter, ich kriege mir die Dinger platt. Hui. Nein, du tötest mich nicht. Oh, er tötet mich doch. Dauert noch ein wenig. Hui. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Oh, cool. Alter, hab ich hier einfach mal überhaupt nichts mehr rum. Raus, 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 raus. Okay, jetzt müssen wir mal dahin. Raus, raus, raus. Okay. Okay. Jetzt hab ich jetzt mal eine Safety-Stelle gefunden. Kann ich hier rein? Alter, ich bin gerade mega verwirrt. Das ist gerade echt nicht, was ich hier tun soll, um die Viecher zu zerstören. Also, diese Gewehre da. Oh, erstmal irgendwie Ruhe. Huh. Alter. Das ist mal eine Bärfalle. Oh, ein Burger. Gib mir den Burger. Verdammt. Oh, Alter. Wer hat nie operiert. Boxyfone. Tja, Fitzroy. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich hab hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen. Und sie verpfeift. So, wir getroffen. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kurier. Alter, ich bin gleich tot. Gib mir mal die Gesundheit. Jetzt ist der dieser Indiana Knirps. Ich bin jetzt hier im oynatant, wenn sie in die Lupe brennt. Ich bin jetztääbter ja da Hip- dude. Ich bin ja, wig du loszu. Was bleibst du dir? Ah, ich bin sicher. Irée ist auchwindet.